bier schmeckt immer hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge wir trinken heute irgendeinen geilen scheiß und zwar trinken wir heute genau eingeladen wurden wir hier von unserem special guest outdoor falls den dominik wir sind sehr gespannt wie die plöre schmeckt wir haben exakt 9 24 also sind wir wieder spät dran ja genau also runter damit alles klar brösteli das schmeckt aber gut gut grüße gehen raus am liebens wenn bischof geiles stöpfchen hier ja herr bischof lecker lecker ja auf jeden fall vor allem schön malzig schmeckt echt gut wasser gersten malz hopfen extrakt mehr braucht das nicht 4,8 umdrehungen leckeres bier fünf verschiedene malzsorten wie viele sorten gibt es davon traditionell hergestellt von der brauer meiden ja ja haben die einige ja zwei verschiedene mit dem alkoholfreie das erwähnen wir hier nicht vier sorten weize bier das war dunkelbier doppelbock kellerbier pilz premium pilz boah kenne ich nicht hallo moin moin das kenne ich nicht also ist einiges geht es aber nur hier in der region oder was ja ist mittlerweile ein bisschen mehr verbreitet auch in den ganzen wirtschaften und kneipe und so weiter ja also übrigens wir stellen uns gerne zur verfügung in unseren videos das leckerchen hier vorzustellen kein ding keine werbung keine werbung die berufsalkoholiker sprechen heute sind wir auf jeden fall reisegruppe bierbauch aka reisegruppe so jetzt machen wir das ding aus und saufen die anderen 20 wo ich mitgebracht habe genau der bollerwagen steht hier um die ecke bis morgen gute nacht ne echt gutes bier ist gut schmeckt wirklich gut hätte ich nicht gedacht ist immer meine art entschuldigung sonst hier lecker auf jeden fall zu empfehlen schmeckt richtig gut wenn ich auch ich habe fertig schön malzig mit landbierstil ja die plockflasche gibt es gut her leute das produkt packe ich euch wie immer in die video beschreibung wenn euch das video gefallen hat dann lasst auf jeden fall ein däumchen da und ein abo und abo wäre richtig geil und wir sagen bis zum nächsten mal ciao noch hast du die möglichkeit abo иuskarte abo und abo und abo und abo wieder raus abo 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 Bis zum nächsten Mal.